Das Pink geht mir richtig auf den Zeiger. Na nun mach das viel kalt man, die sind gleich fertig. Da leuchtet auch sehr eigenartig. Schießt du? Hä, was ist denn das jetzt hier für ein Fuck, Alter? Hm, wie sieht das aus? Der Zaun ist rosa, Alter. Oder ist das, weil da die... Oder Pink ist das. Hier ist einer mit einem Farbeimer durchmarschiert. Vorsicht, Pfiat. Ey, es ist rosa, Alter. Es bleibt Pink bei mir, Alter. Lass mich verarschen. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, dort braucht man doch mit kurz zu, dann schauen wir mal, ob man rechts kommt. Mhm. Ja, der kreilt doch schon mit euch'n was. Was ist denn das? Es ist asozial, wenn das alles Pink, Mann. Was ist das für ein Müll? Alter, Tür und Tore. Alles Pink an. Ich krieg's kotzen. Ich will das nicht. Es irritiert mich jetzt komplett. Hm. Ich muss jetzt nachher mal in neu starten. Sollte jetzt gar nicht hochheben, will ich spielen, gell? Nee, hier ist nichts. Hm. Hier kommt er noch die Treppen hoch. Bleib ruhig. Ich hätte schwören können, hier kamen wir noch die Treppen hoch. Geschlichen. Wahrscheinlich doch bloß der Plainfisch da draußen rumtapst. Hm? Oh, das rosa, das geht mir auf, das pink geht mir richtig auf den Weg. Und man hat den Zeiger. Hm. Hm. Was ich trminisse. Hm, gut, ichun. Das ist ein, das ist ein, das ist ein, das ist ein. Jetzt kommen wir von unserem Losen-Stag, ne? Komm vor unser... Okay, Job fertig. rechts den raten jetzt kommt dahin am stein vor ist hier rüber kommen losen station das action dann macht das viel kalt mann wir sind gleich fertig jetzt habe ich nicht gehört wir kommen jetzt eindeutig von rechts meinst du habe ich so nicht gehört ich höre das immer hier von links was was ist denn da sweetball sweetball getreidemühle oder das ist nicht losen station ich wollte schon sagen ich sehe ein jäger pixel fehler das schwarzes dahin das war jetzt eindeutig losen station nein wir sind noch neben der losen station auf 196 97 oder so das ist sweetball oder losen station sind wir doch gerade wir stehen dort weg neben das losen station ich spüre ich nicht was von drinnen schutzkimmer ist sag ich doch wo gehen wir hin eisenhütte oder eisenhütte so jetzt können wir rüber es wird geschossen ok dann nehmen wir wieder noch holen wir Wollt ihr montiert? Mhm Na rum und rum und los So Na ja Blumen. Warte! Was denn? Was denn los? Was denn los? Was denn los? Also bist du nur drin? Na ich komme hier hinten nur noch raus. Wir müssen uns beeilen. Was? Ist das ein Feuertyp? Ja. Ja. Da leuchtet auch sehr eigenartig. Ein Feuertyp. Ja Fliegenschwampe. Irgendwas stimmt ja nicht. Draußen los. Nee. Super Blutungsschaden. Ganz toll. Ach das. Jetzt stellen wir uns einen Neusturm. Oder hier im Wald. Ja hier im Wald ist auch okay. Ja. Ich bleibe wieder hier vorne. Mhm. Oh das war noch. Schießt du schon? Nein. Wir sind sofort gar nicht. Oh die sind schon fast da. Komm ein Stück weiter hinter zu mir Digger. Dass die in Ruhe zum Boot rennen können. Oder? Ich bin jetzt hier vorne. Ich glaube vom Wald näher drauf. Oh. Die kommt von rechts irgendwie. Schießt du? Hier oben. Cool. Ich zieg den zweiten. Ja oben. Sehr schön. Komm lass uns die Trophäen holen. So schnell zum Boot alter und raus. Ja. Ja. Die machen sicher die Arbeit alter. Wir knallen sie ja ab. Ja. Ich sehe keinen. Nee ich auch nicht. Die 30 Sekunden ja aber schnell rum oder? Ja. Der erste war Wandschatten. Die habe ich richtig schwäbischt. Ja. Krass. Der zweite der war dann irgendwie erst zwischen die Bäume. Mhm. Dann bin ich hinter einen anderen Ballon. Jetzt super war ich weg. Und dann habe ich gehört, dass du da vorne bist. Mhm. Hä? Vertragsschatten ist da drin? nicht erfüllt. Hey, was ist denn das jetzt? Und er zählt auch ein Level nicht hoch. Was ist denn das für ein Scheiß jetzt hier? Ich hab bloß eine Karte gekriegt, da steht Vertragsstatus nicht erfüllt. Hey, was ist denn das jetzt hier für ein Fuck, Alter? Das geht mir echt auf den Piss, ey. Das geht mir echt auf den Piss.